ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play hell dorado hell dorado wie man auch immer aussprechen möchte und wir müssen mit kate wir müssen mit kate was müssen wir mit kate mal nachher richtig das damit ausblick haben wir schon wir müssen in den saloon im saloon anschlägen aber blablabla benötigt dann gehen sie mit kate im umkleideraum der tänzerinnen ok das wäre also wo genau wäre das hier nicht hier das ist der umkleideraum der tänzerinnen oder ist ja das noch mal nach den gucken nee komisch ich dachte jetzt oder ist es hier ach so hier müssen wir hin okay also wir müssen in den saloon oh das ist aber hart da hinten rein hier ist wieder der wutbürger ich hasse den wutbürger das ist und er hat auch noch ein grafisches update gekriegt jetzt sieht er noch wütender aus ich mach's kaputt so einer ist es also gut wie machen wir das am dümmsten hier hat sich nichts verändert die zeit drängten scheiß tut die so wir schaffen uns das make up chillen uns hier über die straße stellen uns hier quer über die straße und dem eine rein okay das geht das ist relativ ich glaube nicht mal so schwierig da kate ja sowieso so viel leise ist wie schon und ich habe eine neue tastatur jetzt kann ich auch erfüllen wie das sinnvoll nutzen ich weiß es ehrlich gesagt nicht irgendwas habe ich gemacht ja wischt es hallo okay ich sehe niemanden ach so acht der wird es nie der stört natürlich ein bisschen aber wir können jetzt über die straße huschen sobald er sich umdreht und dann da wenn wir hier mal sind dann geht es wieder weil schläft er ne der wacht schon unterwegs jetzt bin ich aber gespannt weiter geht's okay und zwar hierhin verstecken das war so ein guter ausgangspunkt eigentlich vielleicht lohnt sich das auch den so zu betäuben so der der für immer und ewig betäubt ist das gute an der sache der macker hier mit seinen beiden bitches ja jetzt nervt mich nicht du als sehende opa an dir komme ich auch schon schon auch noch vorbei pssst ganz leise weiter geht's ich warte bis der wieder weg ist so was genau macht der denn da mit seinen beiden damen okay die gehen wieder das heißt dann knüpfe ich mir jetzt den hier in alle ruhe vor jetzt so markiert den auch aber ich denke mal da liegt ja sogar so praktisch gleich das puder hinter dem schaut mir jemand nach da ist wieder caps lockt drin gewesen na äh ich muss mich ganz konzentrieren dass ich hier keinen scheiß mach weiter geht's ähm ich denke mal hier zieht uns so schnell mal kein jetzt müssen uns wieder umgucken die beiden sind der das ist der Wutbürger wenn ich den besiegt hab dann warst du schon wieder kann ich mich an dem auch einfach vorbeischleichen der da juckt nicht weit den kann ich glaube sogar niederschlagen jetzt bin ich aber gespannt oh mein gott oh mein gott da ist irgendwas sieht mich also gut machen wir noch die tür zu bevor der kommt oh mein gott aber das funktioniert doch schon ganz gut finde ich meiner meinung nach und der hier der geht ja in die richtung wenn der fertig ist oder wenn der wieder weg geht oder soll ich den einfach niederprüfen nee das mache ich lieber nicht ich meine mit kate vor allem ist das so ein ich meine so einen bauern niederzuschlagen ist eine sache ich wollte aber diesen typen da niederzuschlagen diesen kämpfer da oh mein gott oh mein gott der dreht sich um auf halbem weg du dreck sack oh jetzt hat es wieder einer gehört aber der muss sich mach mal die tür zu stellt er sich auf meine höhe oder läuft der an mir vorbei dann könnte ich ihn nämlich in der tat versuchen mit make-up oder ach das make-up wahrscheinlich zu kostbar für etwas wo ich mich einfach vorbeischleichen kann und los jetzt bin ich an der reihe versuchen es einfach mal seht ihr das da ist einer unmöglich niederzuschlagen aber jetzt hat er mich niedergeschlagen das gute an der Sache ist wenn ich wenn ich glück habe wache ich drauf und der schießt mich nicht jetzt weiß ich mal jetzt warte mal einfach mal ab vielleicht schießt er mich nicht und dann können wir da schnell rein rennen das ist dann halt zwar ziemlicher mulx aber kate wird auch nicht ewig betäubt sein und der hat sich schon wieder beruhigt von dem her kommt eigentlich nur aufs timing drauf an wann ich aufwache jetzt habe ich noch zwei sterne sobald ich wieder stehe muss ich halt sofort da rein rennen am besten dann habe ich das schon ähm wer ist da so der bleibt auch auf mir stehen der arsch das ist natürlich scheiße aber vielleicht ich glaube noch der grüner bin mir nicht sicher oder bleibt der so gelb aber habt ihr gesehen ich konnte den kate nicht niederschlagen das ging nicht ich hätte erschießen können aber das könnte ich da ich habe euch die mit dem d ringer den die da hat diese halbe waffe da ja auch 200 schuss gefühlt also wäre nur make-up in frage gekommen und wie dir alter dein bein ist verdreht kate ist mir noch gar nicht aufgefallen neues spiel neues glück ja ok das hat es halt voll gebracht jetzt zu warten so ein arschloch bleibt einfach stehen ja ok ich denke mal dann wäre ganz leise nicht so intelligent wieder ach warte mal kate kann doch noch was ganz tolles ne die kann doch noch vor führung bin schon unterwegs warum macht mir das eigentlich nicht damit kann ich ja einfach kann ich ja wahrscheinlich einfach durchlaufen oder gut wenn er mich jetzt nicht sieht ist das ok verdammt oh natürlich fällt der da nicht drauf rein jetzt bin ich aber gespannt egal bleib da wo du bist ich renne da einfach jetzt rein der rennt weg um Hilfe zu holen der idiot wenn ich dich wieder schlagen ja ok ja so kann man es so kann man es natürlich auch machen jah平 die Ich mag es nicht, wenn jemand einem meiner Mitspieler ins Ohr flüstert. Mein Freund hier sagt, die schöne Lady neben ihnen habe eine Herzdame in ihrem Strumpfband. Mich betrügt keiner beim Spiel. Du Hundesohn, du hast meinen Bruder erschossen. Oh nein, nicht schon wieder. Du bleibst hier. Hey, sieh mit den roten Haaren! Stillbleib! Y ist die Hölle los, Sir. Verflucht, ich kann heute Abend keinen Ärger gebrauchen. Nehmen Sie sich ein paar Männer und sorgen Sie für Ordnung. Tja, jawohl, Sir! Verflucht! Tja, das hat ja so halb funktioniert. Also so, ja immerhin. Oh, eine Schießerei, eine Schießerei. Bitte lass mich eine Schießerei machen. Halt, ne, warte mal. F2. Überraschung! So, das war gleich mal der Erste. Der guckt sich da so schön um, das ist okay. Ruhe in Frieden. Auch hier, einer weniger. Das sind so voll die Genius. Findet ihr nicht auch? Und wieder hinknien. Und wieder F2. Und ein bisschen zurückgehen. Ja, noch einen Meter, noch einen Meter. Wird aber auch Zeit. Komm mal mit, Opa. Nicht, dass am Ende noch irgendwie, irgendwann, irgendwie, aber die Opa auch will. So, der F5. Ich bin mit der Tastatur auf jeden Fall vollkommen zufrieden. Ich hab grad, bin mir grad nicht mehr sicher gewesen, ob der aufnimmt oder nicht. Aber er tut's, das ist gut. Ah, ist okay. Okay. Äh, was muss ich jetzt überhaupt machen? Ähm. Holen Sie sie mit Cooper aus dem Goldenen Salon heraus. Also gut, das heißt, ich muss... Hier hinten kann ich... Ich kann nicht hier hinten schießen. Gut, das ist ein Soldat, aber die Mexikaner und die Kopfgeldjäger, die kann ich so weiter mit dem Würfmesser ausschalten. Ähm. Die Soldaten, ja, die könnte aber auch Kate erledigen, wenn die anfällig sind für ihre Schläge oder so. Dann könnte ich die hier hintere locken und da auch den aufs Maul geben. Aber jetzt muss ich erst mal in den Salon kommen. Da, wer ist derselbe Weg wie vorher, oder? Mal sehen, was uns dort erwartet. Da bin ich. Da stellt sich da einfach auf den Kronen, der Depp. Hier ist niemand. Das heißt, ich kann so vorgehen wie vorhin. Hoffe ich doch, ich war mir jetzt nicht sicher. Sieht den Soldaten hier irgendjemand? Nein, hier ist eigentlich nichts los, gell? Ich glaube, den könnte ich auch einfach einer aus dem Maul geben. Auf geht's. Aber ich versuche lieber mal hier hintere, hier. Ich glaube, da bin ich so manuell schneller und besser. Also jetzt hier im Haupteingang, zum Haupteingang brauche ich nicht versuchen reinzukommen. Also entweder hinten rum, wäre das eine Möglichkeit, also hier rein. Hier steht zwar so ein Soldat, aber im Salon selber ist ja nichts los, gell? Also ich denke mal, ich versuche es mal so rum. Also hier hinten lang dann. Dann an den ganzen Omas und so vorbei. Beziehungsweise erst mit Kate den Balkon aufräumen. Ich habe jetzt nicht verstanden, was der gesagt hat, aber es ist, glaube ich, auch nicht so von Belang gewesen. Ah, als er mich sieht. Oh mein Gott. Guckt er mich jetzt dauerhaft an oder guckt er auch mal weg? Das ist natürlich scheiße. Ja, ich denke, der hat mich eh entdeckt. Da steht der scheiß Soldat. Schläft der? Oder hat er ein Blickfeld? Das heißt, er sieht auch was. Und der hier guckt sich hoffentlich. Ich muss die da oben erstmal entsorgen. Dauert nur eine Sekunde. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm mal mit. Okay, das funktioniert. Ich glaube, es hat keinen Puder mehr. Weil die auf wundersame Weise zämtlichen Puder hat fallen lassen. Aber wenn ich Glück habe, kann ich die dann ja noch besser schlagen. Oh, das ging. Und es hat keiner mitgekriegt. Okay. Mal quick save, die Sicherheit. Den hier kriege ich ja auch. Da komme ich nicht vorbei. Weil der beobachtet den und der beobachtet den. Ähm... Und los! Jetzt versuche ich mal dem eine reinzuprüseln. Die hat ein Herzdame im Strumpfband. Jetzt bin ich dabei. Also... Jetzt sind die beiden mal K.O. Schnapp dir mal das Make-up. So, die Sache stieß. Jetzt brauche ich Johnny Boy. Aber jetzt kann ich mit Johnny Boy auch, äh... Arbeiten. Weil ich den hier jetzt einfach niederschlagen kann, denke ich mal, oder? Es ist zwar riskant, aber ist ja egal. Das Spiel beginnt. Woppa-la. So high risk, ne? Das Spiel beginnt. Ja, geil. Ach, ich bin doch so ein Depp. Aber vielleicht kommt... Oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch... Müssen wir echt aufpassen. Auf geht's. Noch jemand ohne? Also gut. Wollen wir spielen? Ja, da bleibt wohl nichts anderes. Anderes übrig. Als wenn der reinkommt, diesen hier. Oh, er springt raus bei dem Job. Schnappel! Alle mal Schnappel! Oh oh. Was braucht ihr denn, Sharon? Wer wach ist? Sie laufen in ihre Befindung. Böse Mann. Da ist jemand rum. Sie kommen. Oh, jetzt hat jemand schon entdeckt. Ja, okay, das war der eine blöde Soldat, den ich da hinten... ...der hier drinnen irgendwie Patrouille läuft. Ich weiß gar nicht, wo der immer ist. Oh. Tu mal den mal hier oben. Ich kann den halt leider nicht feststellen. Das ist das Problem. Das Spiel beginnt. Wollen wir spielen? Ich bin schon unterwegs. Kate schon wieder vergessen. Okay, das machen wir jetzt. Kate kommt. Ich muss das sofort aufräumen. So, jetzt gehen wir mal wieder direkt dahin drehen. Dann habe ich schon mal deutlich leichter. So, wer war das, der die entdeckt hat? Das warst du, gell? Und los. Das warst du. Wenn du irgendwann aus dem Blick fällt, der andere, nee. Oh mein Gott. Gehen wir es an. Vorwärts. Mit keinem Geld der Welt ist das wohl wert. Den zu versuchen, niederzuschlagen. Aber ich glaube, ich gehe... Allein wegen dem Soldaten ist es mir nicht wert. Da der schläft und der besoffen ist. Und die kann ich alle umbringen. Einfach so halt. Und der schläft. Das heißt, wenn der nicht aufwacht. Die schlafen alle. Der taumelt hier rum. Mit seiner eingeschränkten Motorik. Ähm, ja. Lauter Besoffene. So richtig schön. Oh mein Gott. Ich dachte, der ist besoffen. Ja, aber bist du... Wollen wir spielen? Besoffen mit Ninja-Reflexen. Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Noch wann? Wie krank war das jetzt gerade? Da hat er mich da gerade... Okay, ich muss die wahrscheinlich nicht umbringen, oder? Die sind so besoffen. Mal sehen, was uns dort erwartet. Beeilung. Ich will da nur nicht rein, wegen dem einen Soldaten. Zur Sache jetzt. Und los. Beeilung. Und los. Ja gut, also. Ich ver-vergess noch mal die Be- Äh, Sofbehinderten, wollte ich schon sagen. Die Besoffenen. Die jucken ja nicht weiter, weil die ja nichts mitkriegen. Viel wichtiger sind, dass ich... Wer bin ich? Dass der hier mich nicht entkriegt. Dann wollen wir mal. So, aber guck schon mal rum. Du bist voll im Sichtfeld. Aber der läuft so eine schwule Runde, dann... ...könnte das sogar gehen. Vorwärts! Das heißt, er... Er steht mit dem Wurfmesser und danach findet mit dem Wurfmesser. Was für eine Verschwendung. Okay, jetzt set. Also, die Kopfgeldjäger sind weg. Wegsafe. Ganz wichtig, Wegsafe. Ähm... Was können wir als nächstes machen? Könnte ich nicht. Dann gucken wir mal nach oben. Einfach, ich muss ja nur hier hintere. Jetzt könnte ich mal ja ne... Ähm, mit... So, jetzt könnte ich ja versuchen. Was könnte ich versuchen? Die Spilo könnte ich versuchen. Tja, und jetzt? Es muss einen anderen Weg geben. So, mal gucken, ob der da hinträuft. Die normalen Soldaten sind ja deutend dümmer wie die, äh, dickere, die dicken, oder die, äh, mit Hut. Aber selbst, oh, allein wenn er die Gäste schon macht, hast du keinen Bock mehr. Jemand hat meine Periode geglaubt, und mein bestes Kleid. Also, lieber. Alter. So, okay. Weiter geht's. Ähm, du siehst. Gut. Dann versuchen wir einfach nochmal die Spieler da hinzulegen. Und in der Zeit, mit Kate den einfach niederzuschlagen. Und dann mit John zu kommen und den einfach dann niederzuschlagen. Das war, das war extrem riskant. Und du setzt aus. Hm, also gut. Ja, genau. Nein. Ach, wie bitter. Aber egal, egal. Ich hätte den mit Kate weglocken müssen sollen vorher. Das wäre, glaub, bedeutend intelligenter gewesen. Also gut. Das Ganze nochmal. Sagen wir mal, wie ist es, meine Combo-Action versuchen? Neues Spiel, neues Glück. Also. Ja, jetzt ist der da oben aufmerksam geworden. Ne, die Tussi da unten. Und los. So, und mit John. Oh, oh. Mir kann keiner widerstehen. Oh. Das Spiel beginnt. Hat jemand Lust? Ich will ja nicht ohne dastehen. Okay, jetzt hat... Die Taktblut. Das hat jetzt also Funktion knockelt. Kate ist da, wo es sein soll. Ich hab sogar wieder Puder. Puder ist so die ultimative Waffe in dem Spiel.